Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein Lebenszeichen von Lucid, eine starke Studie von Moderna und ungewohnte Vorzeichen bei Rheinmetall. Im Thema des Tages geht es um einen neuen potenziellen Nvidia-Jäger. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie ihr den goldenen Handschlag besonders sinnvoll investieren könnt. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 10. April und wir wünschen euch einen spannenden Start in den Tag. Und ja, von Spannung auf diesen Mittwoch. Also heute war auch schon der gestrige Dienstag geprägt. Denn die Wall Street wartet angespannt auf den US-Inflationsbericht. Und hat sich gestern entsprechend wenig bewegt. Der Nasdaq rückte um 0,3 Prozent vor. Der S&P 500 legte, tja, magere 0,1 Prozent zu. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Die Anleger erhoffen sich aus den heutigen Daten mal wieder Informationen zur Inflation in den USA. Und damit dann eben auch logischerweise Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der FED. Die Währungshüter, die versuchen mit hohen Zinsen die Teuerungsrate auf ihr Ziel von 2 Prozent zu drücken, ohne die Wirtschaft dabei abzuwürgen. Aber ja, also die Experten, die erwarten, dass sich die Inflationsrate in den USA eher wieder erhöht haben dürfte. Von 3,2 Prozent im Februar auf jetzt 3,4 im März. Kommt es tatsächlich so, wird es wohl eher nichts mit den 13 Senkungen noch in diesem Jahr. Ja, das würde dann wohl so kommen. Aber schauen wir doch mal auf die Einzelwerte, weil denn da gab es durchaus Bewegungen. Es gab nämlich ein kleines Lebenszeichen von Lucid. Unerwartet starke Auslieferungszahlen des amerikanischen E-Auto-Baus beflügelt die Aktie etwas. Die Papiere des Tesla-Rivalen rückten um 2 Prozent vor. Naja, dass es nicht mehr war, werdet ihr gleich kennen den Grund, wenn ich sage, wie viele Fahrzeuge in dem ersten Quartal ausgeliefert wurden. Es waren nämlich ganze 1967, so viel ist das. Wow, ein Tesla-Rivale. Also, aber die Experten hatten mit weniger gerechnet, nämlich mit so im Schnitt 1745. Und Lucid hatte im Februar als Reaktion auf die schwächelnde Nachfrage nach E-Autos die Preise für sein wichtigstes Modell, R heißt das ja, um ein bis zehn Prozent gesenkt. Und einige Analysten rechnen eben mit weiter steigenden Auslieferungen, vor allem dank wachsender Nachfrage aus Saudi-Arabien. Da ist die Marke wohl ziemlich beliebt. Positive Studienergebnisse zu einem neuen Krebsimpfstoff, also einem potenziellen Krebsimpfstoff, muss man wohl noch sagen, gab es von Moderna und die halfen der Aktie auf ein Acht-Monats-Hoch. Die Titel, die kletterten um mehr als sechs Prozent und sind damit so teuer wie seit August 23 nicht mehr. Eine Kombination des mRNA-basierten Impfstoff von Moderna mit dem Krebsmedikament Keytruda, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, des US-Pharmakonzerns Merck & Co. hat sich in einer frühen klinischen Studie als wirksam erwiesen. Die Tumore sind bei 27,3 Prozent der Patienten mit einer bestimmten Art von Kopf- und Halskrebs entweder vollständig oder zumindest teilweise zurückgegangen. Das teilten die beiden Unternehmen mit. Ja, der pannengeplagte US-Flugzeugbauer Boeing hat im ersten Quartal deutlich weniger Maschinen ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Ende März gingen gerade mal 83 Flugzeuge an die Kunden. Im vergangenen Jahr waren es noch 130 Maschinen gewesen. Die Aktie verlor zwei Prozent und seit Jahresanfang steht da inzwischen ein Minus von 30 Prozent. Und das Duell mit Airbus ist inzwischen gar keins mehr. Wir haben das auch schon öfter berichtet. Der europäische Konkurrent meldete nämlich gestern auch seine Zahlen und das waren 142 ausgelieferte Flugzeuge im Vergleich. Wie gesagt, Boeing, das waren 83. Die Airbus-Aktie verlor trotzdem drei Prozent. Doch die Börsenbilanz seit Jahresbeginn liest sich hier dennoch völlig anders. Da steht nämlich ein Plus von 17 Prozent. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann sehen wir ein DAX Minus von 1,3 Prozent auf jetzt noch 18.076 Punkte. Angeführt wurde die Liste der Verlierer, völlig ungewohnt, von Rheinmetall. Die kennen wir ja eigentlich nur noch mit riesigen Pluszeichen. Nach ihrer jüngsten Rekordjagd, da brach die Aktie zeitweise um 12,1 Prozent ein. Am Ende stand da immer noch ein Minus von knapp 7 Prozent. Klassischer Fall von Kasse machen Gewinn mit Namen nach der Rallye. Ja, seit Jahresbeginn steht da schließlich immer noch ein Plus von 75 Prozent. Ja, das ist immer noch eine ganze Menge. Nicht so viel ist in Sachen Termine zu berichten, wobei ein bisschen mehr gibt. Wir haben es gesagt, Inflationsrate aus den USA, das ist doch dann wirklich ein sehr wichtiger Termin. Volkswagen veröffentlicht noch Absatzzahlen fürs erste Quartal. So semi-wichtig. Ganz interessant, der Insolvenzverwalter und Geschäftsführer von Galeria, die stellen den neuen Investor vor, der ja nun offenbar gefunden ist und was er vorhat. Und dann gibt es ein paar Quartalzahlen von Barry Kallebaut. Weiß ich gar nicht, ob die so ausgesprochen werden. Das ist der Schweizer Schokoladenkonzern. Und dann von Tesco, das sind die britischen Einzelhändler. Und von Delta Airlines. Da würde ich jetzt mal auf Calbo setzen, Nando. Mag sein. Das Thema des Tages. Nando, erst sah es nach einem ziemlich nachrichtenarmen Tag aus gestern, aber dann am frühen Abend deutscher Zeit, so spät am Nachmittag, da kam plötzlich dann doch noch ziemlich Schwung in den KI-Chip-Markt. Ja, genau. Am Nachmittag ging es für Nvidia plötzlich steil abwärts. Zeitweise verlor der Liebling der letzten Monate fast vier Prozent. Das ist ja bei Nvidia ein gigantischer Börsenwert gleichzeitig dann immer schon. Ja, und da war klar, da muss was passiert sein. Und tatsächlich gab es am Dienstag quasi einen Doppelschlag der wichtigsten Konkurrenten. Den Anfang machte die Google-Mutter Alphabet, die wie viele andere Tech-Konzerne ja seit geraumer Zeit an eigenen Chips auch für die KI-Anwendungen arbeiten. Einerseits stellte Alphabet den sogenannten Axion-Chip vor, der rund 30 Prozent schneller sein soll als der Vorgänger, der auf einem Design von ARM basierte. Doch unser Chip-Experte Benedikt Fuß, der sagt, das allein kann den Knick bei Nvidia jetzt nicht wirklich erklären, denn Axion ist nicht vergleichbar mit den KI-Chips von Nvidia. In dem Segment will Alphabet mit den TPU-V5P das nächste Modell auf den Markt bringen. Das soll dann immerhin auch doppelt so schnell sein wie sein Vorgänger. Doch der eigentliche Grund für das große Minus bei Nvidia kam noch etwas später von einem anderen Konkurrenten von Intel, nämlich die präsentieren auf ihrer Konzernmesse Vision nämlich ebenfalls einen neuen Nvidia-Jäger und der hat es nach Benedikts Überzeugung schon eher in sich. Der Chip heißt, hat auch einen einfacheren Namen, der heißt nämlich Gaudi 3 und soll zumindest im Vergleich mit Nvidias H100 in einigen Bereichen tatsächlich die Nase vorn haben. Mit dem Gaudi 3 sollen sich die generativen Sprachmodelle besonders schnell trainieren lassen. Nach Angaben von Intel wird das 50 bis 70 Prozent schneller gehen als mit dem H100 von Nvidia. Intel-Chef Pat Gelsinger sagt jedenfalls, er hofft damit dann deutlich Marktanteile von Nvidia gewinnen zu können, nachdem die Vorgängermodelle von Gaudi 3 diesbezüglich ziemlich enttäuscht hatten. Nötig wäre es ja, denn Nvidia kommt in dem Segment derzeit auf einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent und kann die Nachfrage gar nicht vollständig bedienen. Allerdings ist die Kernfrage damit natürlich gar nicht beantwortet, nämlich wie nahe Intel mit dem Gaudi 3 an das neueste Nvidia-Modell, das ja Blackwell heißt, überhaupt herankommt. Das ist ja schon angekündigt. Da habe man aber keine Vergleichsdaten, sagte der Intel-Chef, weil Blackwell halt noch nicht auf dem Markt ist. Klingt jedenfalls so, als könnten die Wettbewerber langsam ein bisschen aufholen, aber eben auch so, als hätte Nvidia immer noch deutlich die Nase vorn. Wenn Intel stolz erklärt, dass man es ja jetzt fast auf das Niveau des Auslaufmodells von Nvidia geschafft hat, dann spricht das ja schon eine deutliche Sprache. Aber die Lücke, die bislang ja gewaltig war zwischen Nvidia und der Konkurrenz, die scheint eben etwas kleiner zu werden. So haben das ja dann auch die Märkte bewertet. Für Nvidia ging es, wie gesagt, relativ deutlich abwärts. Am Ende stand dann noch ein Minus von 2,3 Prozent. Intel hatte vor der Ankündigung der neuen Generation Gaudi-Chips noch leicht im Minus gelegen, drehte dann aber und schloss knapp ein Prozent im Plus. Und die Aktie, die kann durchaus ein bisschen Aufwind gebrauchen. Auf Monatssicht liegt sie gut 13 Prozent im Minus. Für Alphabet ging es dann sogar noch etwas deutlicher nach oben als für Intel. Am Ende stand da ein Plus von gut 1,2 Prozent. Man sieht, die Nervosität ist gerade groß, insbesondere in der Chip-Branche. Da kommt es momentan schnell mal auch zu größeren Ausschlägen. Wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen, dass einem angesichts der Bewertung von Nvidia durchaus schwindelig werden kann. Ja, und das trotz der Erfolge in den letzten Monaten. Das dürfte also auf jeden Fall spannend bleiben. Den Markt behalten wir im Blick. Heute gibt es hier endlich mal wieder einen richtigen Lifehack, also einen echten Geldwerten-Tipp. Am Ende garniert mit der perfekt passenden Investment-Idee. Ja, aber einer, von dem ich schon hoffen würde, dass ich ihn jetzt erstmal nicht anwenden muss. Also zuerst mal muss man nämlich sagen, dass es sich um ein eher unschönes Thema handelt, nämlich die Kündigung beziehungsweise eben die Abfindung für genau diese Kündigung. Nun werden die meisten von euch hoffentlich sagen, das betrifft mich nicht, so wie ich. Aber ganz so weit weg ist das Szenario dann eben doch nicht. Also jüngstes Beispiel ist zum Beispiel SAP. Der Konzern will ja in Deutschland allein fast 3000 Stellen abbauen und überhaupt erwarten Arbeitsmarkt- und Karriereexperten große Disruptionen infolge des Fortschritts durch die KI. Viele neue Jobs werden womöglich entstehen, aber eben auch ganz schön viele verschwinden. Und das heißt dann oft auch Kündigung. Muss ja auch gar nicht so schlimm sein. Man verliert den alten Job, nimmt ordentlich was mit und dann sozusagen schult man um auf KI und dann tritt man einen neuen Job an. Also wie auch immer, sollte es zu diesem Szenario kommen, also der Kündigung und der Abfindung. Steht in vielen Fällen eben diese Abfindung an. Doch mit wie viel Geld kann man da überhaupt rechnen, fragen sich da viele. Und es gibt zwar grundsätzlich keine klaren Regeln dafür, allerdings leistet eine Daumenregel ganz gute Orientierung. Sie wird oft bei Verhandlungen im Vergleichsfall herangezogen und sie lautet für jedes Jahr der Beschäftigung ein halbes Bruttomonatsgehalt. Am Ende ist das jedoch Verhandlungssache, wie gesagt, in welcher Höhe der Arbeitgeber dann am Ende eine Abfindung zahlt. Ist die Höhe der Abfindung geklärt, geht es darum, Steuern zu sparen. Denn das kommt ja alles nochmal obendrauf und muss in einem Schlag versteuert werden in der Regel. Dafür kann die Abfindungszahlung aber auch verschoben werden, wenn das denn hilft. Ob eine Abfindung noch im selben Jahr oder eben auch im nächsten versteuert wird, also ausgezahlt und dann auch versteuert wird, das kann man eben mit dem bisherigen Arbeitgeber durchaus vereinbaren. Wenn die Auszahlung auf das folgende Jahr hinausgeschoben wird, dann kann die Steuerlast geringer sein, weil dann eben oft die folgende Arbeitslosigkeit das Einkommen deutlich reduziert im nächsten Jahr und dann eben insgesamt weniger steuernfällig werden. Eine Ratenzahlung über mehrere Jahre ist natürlich theoretisch auch denkbar, dass man das vereinbart mit dem Arbeitgeber. Sollte man aber natürlich auch bedenken, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig ist, falls da die Gefahr droht, dass der ja die nächsten Jahre nicht mehr zahlungsfähig bleiben könnte. Ja, das sollte man tatsächlich nicht vergessen. Die bekannteste Möglichkeit, Steuern bei der Zahlung eine Abfindung zu sparen, ist die sogenannte Fünftelregelung. Und die funktioniert so, es wird nur ein Fünftel der Abfindung in die Berechnung der Steuer mit einbezogen und der daraus resultierende Steuerbetrag mit fünf multipliziert. Und ja, so soll die Progression abgemildert werden. Denn wenn jemand mehr verdient, desto höher steigt ja auch der Steuersatz. Das kennen wir alle. Meistens muss sich der Arbeitnehmer um die Fünftelregelung aber gar nicht selbst kümmern. Ist für den Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens erkennbar, dass durch die Auszahlung einer Abfindung mit Entschädigungscharakter eine Zusammenballung, so wird es genannt, von Einkünften vorliegt, muss die Fünftelregelung bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren angewendet werden. Ich klinge hier schon wie ein Steuerberater. Du klingst, als hättest du Ahnung davon, Nando. Aber Achtung, ab 2025, also nächstes Jahr, übernimmt der Arbeitgeber diese Arbeit eben nicht mehr. Die Summe wird also nicht nur voll versteuert, sie wirkt sich auch voll auf den Steuersatz aus. Ja, und ab dem Jahr 2025 übernehmen das dann eben die Finanzämter im Nachgang die Erstattung des Steuervorteils nach der Fünftelregelung dann eben auszurechnen und zurück zu erstatten. Dafür muss jedoch der gekündigte Arbeitnehmer die Erstattung auch erstmal beantragen in seiner Steuererklärung. So ist es. Und nun kommen wir natürlich noch zum angekündigten Anlegerservice. Schließlich sind wir hier eben kein Steuer, sondern ein Börsenpodcast. In einer unserer letzten Samstagsfolgen mit dem Börsenpsychologen Joachim Goldberg hat dieser ja dazu geraten, eine große Summe in kleinere Tranchen zu teilen und nach einem festen Plan zu investieren. Und dieser Plan sollte dann auch strikt eingehalten werden, auch wenn die Märkte während der Investmentphase fallen. Wenn man seinen Einstieg über einen längeren Zeitraum streckt, vielleicht über ein oder zwei Jahre, dann hat man auch die Chance, mal einen größeren Rücksetzer zu erwischen. Und letztlich bekommt man dann eben einen besseren Durchschnittskurs. Am einfachsten funktioniert der Einstieg über einen ETF-Sparplan, sprich Anleger investieren immer eine bestimmte Summe in einen Indexfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt, den sie vorher festlegen. Am naheliegendsten ist da so eine Einfondslösung. Anleger investieren in einen der ja ganz klassischen Ganze-Welt-ETFs. Dann hat man einfach die breiteste Diversifizierung. Da ist zum Beispiel der MSCI World, den kennt ihr natürlich alle schon, oder auch der MSCI All Country World oder auch der FTSE All World. Diese unserer Meinung nach besten Fonds, also die besonders gut und günstig sind, die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa-at-welt.de oder ihr schreibt uns hier einfach eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Stefan hat uns geschrieben, ich zitiere mal eben, beim aufmerksamen Lauschen eures erneut oder wie immer fantastischen Podcasts, danke dafür, musste ich mich heute gehörig anstrengen, euren Worten zu folgen. Ging es nur mir so, fragt er. Habe ich bei meinem iPad versehentlich den Schnellsprechmodus eingeschaltet? Wo soll der sein? Tja, Stefan, das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob du da versehentlich draufgedrückt hast. Wir haben jedenfalls nicht schneller gesprochen als sonst. Es gab jetzt auch keine anderen Beschwerden zu diesem Thema. Es gibt jedenfalls tatsächlich einen solchen Knopf bei Apple im Podcast-Player. Der ist links neben dem Button zum Zurückspulen. Da steht klein 1x. Bedeutet also einfache Geschwindigkeit. Ja, zumindest wenn du den Podcast auf der regulären Geschwindigkeit eingestellt hast, dann steht da eben 1x. Man kann da aber auch 0,75x oder 2x einstellen. Dann ist er eben entsprechend langsamer oder auch doppelt so schnell. Ja, da sollte doch für jeden eigentlich was dabei sein in Sachen Geschwindigkeit. Warten Sie, was wir wieder abspulen. Steuertipps, Techniktipps, paar Börsenideen auch noch. Also, wenn ihr schon gerade in der Podcast-App eures Vertrauens seid und sozusagen da rumspielt, dann schaut doch mal bei Zwei-Zimmer-Küche-Bad vorbei. Das ist der Immobilien-Podcast von Welt. Und da gibt es immer dienstags eine neue Folge. Und diesmal könnt ihr zum Beispiel die Formel hören, die unser Immobilien-Experte Michael Fabrizio zusammen mit unserem AAA-Co-Hust Holger aufgestellt hat, mit der sich berechnen lässt, wann in eurer Region der beste Zeitpunkt gekommen ist, um einem Immobilienmarkt zuzuschlagen. Das ist gar nicht so einfach. In einigen Regionen steigen die Preise nämlich schon wieder. Und gleichzeitig sollten dabei bald die Zinsen sinken. Ist ganz schön knifflig, aber Holger und Michael wissen da Rat. Und das solltet ihr genauso wenig verpassen wie die nächste AAA-Folge. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns dann an. Wir hören uns dann an. Vielen Dank.